Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge Gears of War. In der letzten Folge wurden wir ja kurz angeteast, dass wir jetzt gegen den roommate kämpfen. Und der Game Jam ist natürlich mit am Start. Servus! Hallihallo, guten Morgen, Moin, Servus, Hallo! Wunderbar, dann battlen wir uns doch mal gegen den Dödl, oder? Da ist er. Boah, ich treff den da oben gar nicht. Boah, Alter. Fast. Wie soll das gehen? Ich muss auf die andere Seite, sonst kann ich nicht schießen. Auf die Waffen! Auf die Arme schießen! Okay. Daneben, daneben. Oh. Ah, shit. Ah, shit. Ich dachte, die kann da durchlaufen. Oh, ich komme, ich komme. Wo bist du? Wo ist er? Genau unter ihm. Ich schaffe es! Ich schaffe es! Ich schaffe es nicht! Nein! Er hat, er hat mich mit seinen, mit seinen Fingerlies kaputt geschlagen. Boah, 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 boah! Boah, 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 boah! Geh weg! Alter, wie trifft er mich? Ich bin down. Okay, ich versuche, dich zu retten. Halt dir den Ton. Das ist so heftig. Vielleicht bin ich bei dir, wenn du es schaffst. Wenn du nicht, dann... Du bist an mir vorbeigelaufen. Ich hab's geschafft. Achso, wo bist du? Davor bist du. Da. Ich dachte, du hast ein Leben am Boden. Shit. Wo ist er? Wo ist er denn? Ich höre ihn nicht. Ich höre ihn nicht. Scheiße. Zeit in eine andere Richtung zu fliegen. Boom. Schön, dass du den Broom-Mack-Fahrer hast. Wie denn? Ich glaube, er ist auf die Füße. Auf die Füße, oder? Boah, fuck. Die Raketen. Geh auf die andere Seite wieder. Und hinten. Alter. Boah, fuck so. Auf die Beine, damit er runter geht. Halt ihn auf dein Niveau runter. Dann können wir auf ihn ballen. Boah. Kallerie, hardcore. Boah, Wahnsinn. Was? Das war heftig. Das war heftig. Ah. Was ist denn getroffen? Oh, cooles Sinn. Okay, grillen wir ihn. Lauf zu den Trafos. Wohin? Da drüben. Die Zugfahrtstraße. Der Zaun ist offen. Los, wir. Alter. Ah, krass. Oh. Jetzt wird er gegrillt. Boah, der Zaun. Alter. Da gehen die Wichte aus. Bei dem guten Freund. Der sie? Der Boy. Ich dachte, im Knast riecht das Essen schlecht. Ich würde mal sagen, das war's mit dem Brümmer. Markus, wir haben die Kontrolle über den Zug verloren. Ihr müsst halt aufspringen, wenn er durch den Bahnhof Timgard braucht. Wie immer. Auf einen fahrenden Zug aufspringen und die Bombe zurückeroben. Der Tag wird immer besser. Will ich ja auch. Elegant, elegant. Ich hab nur noch vier Schuss, ey. Einer ist weg. Wo ist der nächste? Ah, das ist keiner. Hier ist Munition bei mir. Ganzer fetter Beutel. Ah, cool. Ich hab keine Granaten. Erdloch. Wo ist es? Ah, ich hab auch keine. Linke Seite. Doch, da. Ich hab welche gefunden. Linke Seite. Kannst du nicht sagen. Komm, Muni. Komm, Muni. Ja. Fliecher. Ah, weg mit dir. Wo ist der andere Sniper? Hast du gesnipet oder er? Ja. Ich sehe es noch nicht. 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 Komm schon. Da hin. Shit! Nein, er siegt mich. Oh, Mann. Ich hab es noch gesehen. Aber ich war zu weit weg, leider. Oh, Mann. Wo bist du? Wo bist du? Ja, direkt neben mir ist der Gegner. Ich weiß nicht, ob du schoss. Oh, shit. Drück LB, dann siehst du mich. Ja, ich sehe dich. Der war es, oder? Sehr gut. Ja, genau. Der war es. Oh, da ist noch einer. Oh, daneben geschossen. Scheiße. Oh, shit. Ah, fuck. Von links und von rechts kam einer. Ja, ich war genau in der Mitte, es war leider falsch. Doch da drüben kommt das andere Loch. Horace ist schon da. So, Horace wurde gesiegt. Ja. Cole und ich haben gecleared, Mann. Hinter uns. Wow, was für eine Schlägerei. Okay, der ist hin. Alter, will wir hier durchfetzen gerade. Zumindest fühlt sich das so an. Ja, nicht vergessen, das Spiel ist auf wahnsinnig eingestellt. Um Schwierigkeiten zu haben. Ja, sehr extrem. Ja. Deswegen gehen wir auch schon einmal down. Scheiße, ja. Oh, verkackt. Aber geil, wie man das hier irgendwie so freikämpfen muss, gell? Was schon cool gemacht hat. Razifix, ja, auf jeden Fall. Ja, genau, den wollte ich auch am Knallen. Da ist aber noch einer. Komm schon. Alter, wie viele sind denn da? Aber wie verziehe ich denn in einer Tour? Dann greffe ich seinen Kopf und dann platzt er nicht mal. Was ist das jetzt? Einer lebt noch. Komm her, zeig dich. Zeig dich. Zeig dich. Zeig dich. Boah. Handsteig. Der ist tot. Und so. Ich hab's jetzt leider nicht auf die Reihe gekriegt, den Kult zu töten. Der Zug, Mann, der Zug. Werd, hier rauf, gleich hinter dir. Aus geht's. Mist. Alter. Krasse, oder? Mhm. Verdammt. Die Dödel haben's verkackt. Ja, weil ihr immer so trödelt, Freunde. Hark der Verzweiflung. Wir lassen uns von einem Raven mitnehmen, sorry. Das wird jetzt auch richtig krass. Ja, wie ist die Lage? Oh ja. Allein das Bild. Und es sind jede Menge Locust im Zug. Ihr müsst was unternehmen. Jetzt. Wir gehen raus. Okay. Bam, Alter. Alles, was wir in der ganzen Kampagne gelernt haben, müssen wir jetzt anbieten. Oh ja. Leiden. Leiden. Du leidest gleich. Loch an. Bereit zum Schuss. Oh shit. Oh. Oh, die Stelle mit den drei Achterbogen dritten. Oh nein. Er hat mich erwischt. Hinter dir. dauernd ich bin. Okay. Schieß auf den Tank. Schieß auf den Tank. Ich glaube, es bringt nichts. Meinst du? Nein, der hat mich erwischt, oder? Ah. Der Himmel. Der Himmel, meine Freunde. Nein. Eipisch. Okay, es bringt wirklich nichts. Irgendwie dachte ich, es bringt was. Ja, es kommt später erst zum Einsatz. Oh shit. Freunde, das Gesicht. Bin down. Bin da, ich bin da, ich bin da. Habt dich. Aber ich hab gleich keine Munizung mehr. Ist schon wieder down. Okay. Ich dachte, es ist an mir vorbeigemachen. Scheiße. Glück ja. Jetzt bin ich erwischt. Hinter dir, hinter dir. Jetzt muss ich mit Schroffeln bevor er waschen will, sonst geht's nicht. Ich geh von links. Achtung, ich hab ne Kettensäge gehört. Von hier. Baby, yeah. Hast du beide vernichtet, hä? Vergiss nicht. Auf viel Glück folgt irgendwie. Was ist hinter uns? Alter. Wie hat der mich erwischt? Ich bin down neben dir. Bin down. Danke. Oh, da ist noch einer. Das ist ein Buggy Angel, man. Manchmal können die auch um Ecke schießen. Ja, jetzt bin ich auch erwischt dran. Er ist weg. Es war echt noch einer hinter uns. Ja. Boah, was für ein Gemetzel. Er will mich sehen. Boah. Oh. Das ist die Mütze. Nee, kein Akkombu. Boah. Was ist das denn? Zwei Dödel, zwei Dödel. Mann, shit. Hinter dir, down. Hab dich. Ich will dir doch nur ne Granate schenken. Zum Abschied. Boah. Ja gut, Leute. In dem Sinne, wir bedanken uns für's Fusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Servus. Danke und Cheerio. Uhuhuhuhu. Bam. Reiß mir den Locust den Arsch auf. Nun mündet der lange Kampf gegen jede Wahrscheinlichkeit in ein letztes, verzweifeltes Aufbegehren. Bis zum nächsten Mal.